Hinausten! So, ja, Tina, was hätte die Kollegin Slomka denn besser machen können? Alles. Das fängt schon mit dieser unangenehmen Stimmenfrequenz an. Furchtbar. Und dann kommt sie mit zwei Sachen, die in der Großen Koalition gar nicht mehr gehen. Fakten und Widersprechen. Und ich kenne auch keinen Verfassungsrechtler, der sich dieser Debatte öffentlich stellt. Herr Professor Degenhardt schaut nur noch einige andere, die stehen ja auch heute schon alle in den Zeitungen. Aber die interessante Frage ist doch, wenn Sie Ihre Parteien... Das stimmt nicht, was Sie sagen. Doch. Geht's noch? Der Gabriel weist Sie total nett darauf hin, dass sie gequirlte Scheiße redet, ja? Und dass das nicht stimmt, was sie da labert? Und was antwortet die Irre? Doch! Die sagt doch zum Vizekanzler. Also wenn ich zu entscheiden hätte, dann dürfte die Slomka höchstens noch beim Glücksrad die Buchstaben umdrehen. Ja, aber... Gut, Tina, die Medien haben doch auch eine Kontrollfunktion. Die sind doch auch sowas wie die vierte Gewalt im Staat. Au! So Freundchen, so fühlt sich nämlich die erste Gewalt an. Soll ich dir die zweite und dritte auch nochmal zeigen? Nein. Oliver! Jetzt kann man doch endlich mal durchregieren mit 80% Mehrheit. Das letzte, was wir da brauchen, sind durchgeknallte Schmierfinken, die hinter jedem Dixi-Klo einen neuen Watergate-Skandal vermuten. Ja. Dürfen wir denn überhaupt noch was fragen? Ach Gottchen. Natürlich darf man was fragen. Aber eben nur nach wirklich wichtigen Sachen. Ist Ihr Mann ein Mensch, der Sie viel im Jogginganzug sieht? Oder legen Sie Wert auf Kleidung zu Hause? Das... Das ist doch mal eine originelle Frage. Ja? Nicht immer, äh, Frau Bundeskanzlerin, warum plündern Sie bald unsere Rentenkasse? Tja! Nein! Mögen Sie Kleidung? Ja? Oliver, das menschelt. Das hat Wärme. Verstehen Sie? Ja? Das ist der Journalismus der Zukunft. Das muss ich mir aufschreiben. Kanzlerin, viel öfter nach Kleidung frage. Ja. Oh ja. Äh, und, äh, Sie müssen unbedingt von den Besten lernen. Zum Beispiel von Sigmund Gottlieb. Der hat sowas von drauf. Das ist der Wahnsinn. Wenn der mit Politikern redet, dann klingt das erstmal wie eine Frage. Ist aber eigentlich ein Eimer voll Schleim. Frau Merkel, man muss sich ja immer wieder mal die Frage stellen, Sie, Sie machen das alles sehr ruhig, sehr besonnen, sehr, äh, ja, sehr kompromissorientiert, sehr unaufgeregt. Man fragt sich, wann ist diese Frau eigentlich mal so richtig wütend? Ach, Oliver, Oliver, sehen Sie, dieses wunderschöne Lächeln, ja? Dieses Lächeln, das ist der Lohn, für den ein Reporter morgens aufsteht. Ja, so funktioniert Journalismus in der Großen Koalition. Begleitender, unterstützender, ich möchte sagen, liebevoller Journalismus. Das schreibe ich mir auf. Ja. Politiker, noch viel Dollar lieben. Ja, so, kommen wir nun zur praktischen Abschlussprüfung unserer Journalistenschule. So. Ahem. Ähm, Oliver, ich denke, Sie wissen, was Sie zu tun haben. Ach, nö, wirklich. Ich, ich kann hier hinten Sigmund Gottlieb sehen. Oh, Hosegi. Gratuliere, jetzt sind Sie ein richtiger Journalist. Juhu, Tina Haas, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Applaus Musik Jun. Jun.